Ladies and Gentlemen, say yeah to life. Das ist jetzt Nicole. Hallo. Hey Nicole, was willst du denn werden? Ich will mal Springreiterin werden. Springreiterin? Ja. Und was willst du werden? Millionär. Millionär. Und du? Mathe-Professorin. Mathe-Professorin. Was machst du denn du zum Millionär werden? Im Lotto grünen. Im Lotto grünen? Also deine Strategie ist möglichst viel Lotto und Billette zu holen. Oder wie? Ja. Wann willst du Millionär? Wann ich grünen kann. Okay, hast du keinen Zeitplan für das? Okay. Springreiterin? Kannst du auch Springreiter Billette kaufen? Nein. Einfach viel trainieren. Viel trainieren? Zweimal in der Woche? Nein, jeden Tag. Jeden Tag? Gehst du jetzt gleich trainieren? Nein, aber nach der Schule auch nicht. Ah, okay. Also, wo bist du jetzt in der Schule? Ähm, in Zürich. In Zürich? Okay. Und zu Mathe-Professorin? Ja. Dann gehst du sicher auch in die Schule, oder? Ja. Aber ich mache zuerst eine Malerausbildung. Malerausbildung? Und werde nachher eigentlich mal durchmachen für die Erwachsenen und dann studieren. Dann tust du Mathe-Aufgaben malen, oder wie siehst du das? Ja, Mutter. Du musst auch malen. Okay, cool. Leute, ich mache das für die Jugendliche Deutsche Schweiz und in Zimbabwe. Ich muss sagen, ja, to life. Könnt ihr für uns, ja, to life, sagen? Ja, to life. Ja, to life. Ja, to life. Okay. Merci vielmals. Cool. Perfekt. Merci vielmals. Danke. Danke. Und das ist die Frau Julia Sarna. Die ist jetzt Topmodel geworden. Sie hätte es vielleicht nicht unbedingt willen. Julia, gib uns doch ein Bericht. Was denkst du? Danke. Tschüss. Merci vielmals. Danke.